Hallo, ich bin Selina, deine persönliche Assistentin. Ich sorge für deine Sicherheit. Ich weiß, wo du bist und ich weiß, wo du nicht sein solltest. Ich sehe die Gefahr aus jeder Perspektive. Ich werde dich beschützen. In jeder Situation. Ich bin ein intelligentes System. Ich ordne das Chaos der Medien. Ich bin das Medium. Nichts kann mich täuschen. Etwas zu wissen ist gut. Alles zu wissen ist besser. Der Schritt in die Zukunft. Dein individuelles Schutzschild. Ich bin Kim. Ich habe StarTek für deine Sicherheit entwickelt. Gemeinsam gegen den Terror. Start Zack. Start your security now. Sie wird dafür büßen, dass du unschuldig am Knast sitzt. Ganz sicher. Ganz sicher. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Guten Morgen. Dein Schlaf war wenig bis mittelmäßig erholsam. In der letzten Nacht gab es einen schweren Verkehrsunfall. Umfahre bitte die Zinkstraße, damit die Polizei ihre Arbeit tun kann. Bewölkt gelegentlich kann es zu Schauern kommen. Nach meinen Berechnungen ist die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags in London sehr hoch. Ich habe deinen für morgen geplanten Flug storniert. Was? Nein. Buch das sofort wieder zurück. Bist du dir sicher? Ja. Stornierung abgebrochen. So. Dann wollen wir doch mal sehen, wie gut euer krankes Überwachungssystem wirklich ist. Es wurde eine Gefahr erkannt. Bitte steige aus dem Auto und warte auf weitere Instruktionen. Was ist da? Genau da wollte ich dich haben. Achtung! Terroranschlag in unmittelbarer Nähe. Hallo, ich bin Selena, deine persönliche Assistentin. Ich sorge für deine Sicherheit. Ein Update wurde installiert. Du bist wirklich zäh. Das muss man dir lassen. Kim. 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 Aber jetzt kann dir dein Glück auch nicht mehr helfen. Täter identifiziert. Name des Täters? Kim. Süßberg. Was? Die Behörden sind informiert. Behalte den Täter im Auge. Nein, das ist unmöglich. Ich bin Kim. Ich habe Starzeck gegründet. Das hast du doch alles geplant. Nein.